hey leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal ein Holzpferd wie ein Star Stable Video ich filme das alles über das Tablet also kann es sein dass es ein bisschen rauschelt im Hintergrund und ja es tut mir leider dass ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe und ich bin auch noch nicht so viel dabei und let's go im Video heute kaufen wir uns die Uhrpferde oder ein Uhrpferd meine Star Coins werden darunter leiden aber egal weil ich habe gerade nicht viel Star Coins weil ich mir vorhin noch ein Pferd gekauft hier sind die drei mir wurde gesagt dass die aus dem spült gehen deshalb wollte ich mir noch einen kaufen weil eigentlich mag ich nicht so aber egal hier ist das erste hier finde ich dass die Farbe extrem grässlich ich weiß nicht warum das im still ist aber naja okay gut es gibt schon lange nehmen wir zum zweiten das sieht aus wie Schimmel für meinen Geschmack ja das gucken wir uns auch mal erst mal die Naturfarbe finde ich eigentlich geil aber naja gut lassen wir mal lieber und wer mich so ein bisschen inspiriert hat ist einmal das blaue Uhrpferd würde ich mal so sagen mit der Blanomene das hat mich einmal am meisten interessiert und gucken wir uns mal an also in der Naturfarbe gefällt mir das extrem gut ne auch in der Uhrpferd zeichnen also sagen wir mal rechnen oder so keine ahnung gefällt mir das auch übelst gut ja generell würde ich sagen wir kaufen das meine Star Coins werden drunter leiden und ja also ich brauche nicht so viel sagen es sieht einfach nur geil aus das Pferd es sieht schon geil aus aber ich muss mich erstmal nicht so richtig schön verlieben in dieses Pferd also ich würde nicht so lange rumlabern und wir kaufen erstmal das Pferd also dann tun wir uns mal einen schönen Namen aussuchen und danach würde ich mich wieder bemelden bis zum nächsten Mal 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 so leute ich habe mir magic brand ausgesucht eine an warum also ich hab mir erst mal hängst und ja zeitlos naja ok sind urfett und ich würde sagen wir kaufen den rippen meine starke ins so es kommt eine schöne zu mir gelaufen ja mashallah warum streiche ich den am hals junge warum frisst er mich junge hallo ich fühle mich angemobbt lassen wir mal in den stall rein so dann würde ich sagen ich gehe jetzt in mein heimie einfach nur rip ja ich will das mal zu meinem heimie fahren natürlich ist besties fahren warum nicht ne ja dann gehen wir erstmal hier rein schön und ich weiß dass mein stall aufgeräumt ist das möchte ich noch mal so ganz nebenbei sagen mir sieht man so schön warum ich alle pferde draußen habe einfach nicht fragen was das sind zwei ja dann müssen wir erstmal mein uhrpferd gegen ein anderes pferd tauschen wir tauschen das ist einfach gegen ähm wo ist das da ist das uhrpferd und das tauschen wir gegen sky glaub ich machen wir das mit sky ähm oder mit kuki ja mit kuki machen wir das lieber ja da steht unser uhrpferd ich nenne es einfach uhrpferd auch wenn es ein anderes da heißt ich kann den namen nicht aussprechen ich kann kein englisch okay lasst sie mich immer im englisch in ruhe da kommen wir der schönen schwarzen mal entgegen natürlich leveln wir ihn mal auf auf level zwei dass wir auch galoppieren können weil sonst wird es glaube ich ein bisschen schwer ihn zu galoppieren zu bekommen ne wer weiß ne und ja also gucken wir mal wie ihn aufgelevelt haben und anscheinend ja wir haben ihn aufgelevelt auf ein auf zwei auf zwei mega schön extrem schön natürlich machen wir noch weiter warum nicht ähm hier ein bisschen wasser und ja was geben wir ihm noch wir geben ihm noch ein bisschen stricken natürlich ja so ich würde dann erstmal auch aufsteigen mit dem schönen xsl hengst bei der ballach wie ich noch genannt habe und mir erstmal ein outfit aus und weil beim tablet ist so beschissen haben sie leider noch nicht geändert man kann die sache nicht sehen also wird es ein bisschen länger dauern bei mir und ich würde einfach sagen so let's go So Leute, ich habe es mal einfach so ein Basic Outfit genommen und das passt jetzt irgendwie, machen erstmal den Ur-Modus sofort aus vom Urpferd und nehmen das in der normalen Farbe und dann würde ich erstmal sagen, gibt es jetzt für euch erstmal die Gangarten. Ich sage jetzt nichts dazu, ihr kommt die einfach euch an und ich gebe später mein Feedback dazu. Bis später! Bis später! Bis später! Bis später! Bis später! Bis später! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.